Am 1. Mai scheint häufig die Sonne. Gut, dass es ein Feiertag ist. Ein freier Tag. Wer will, kann ihn zum Grill nutzen, zum Spazieren gehen oder einfach zum Ausschlafen. Manche gehen demonstrieren, andere machen einen Ausflug. An diesem freien Tag kann jede und jeder machen, was sie will. Natürlich war das früher anders. Am 1. Mai 1886 streikten tausende Chicagoer für den Acht-Stunden-Tag. Für höhere Löhne und mehr freie Zeit. Dabei erschoss die Polizei mehrere Menschen, andere wurden hingerichtet. Zum Gedenken an sie wurde der 1. Mai internationaler Kampftag der Arbeiterklasse. Auch ihnen ist es zu verdanken, dass viele Jahre später der Acht-Stunden-Tag durchgesetzt werden konnte und in einigen Ländern wurde der 1. Mai zum Feiertag. Einzelne hätten dies nicht erreichen können. Hunderte machen einen größeren Eindruck. Tatsächlich aber waren es viele Millionen Arbeitende und Arbeitslose, die sich zusammenschlossen und sich gemeinsam für ihre Interessen einsetzten. Nur weil sich viele zusammengeschlossen haben, können wir uns jetzt einzeln erholen. Wer will, kann den ganzen Tag im Park liegen oder ins Kino gehen. Aber Kinokarten kosten Geld und die Sonne wärmt nicht, wenn sie von Sorgen überschattet wird. In den letzten 20 Jahren wurden die Arbeitszeit ausgedehnt, die Reallöhne gesenkt und das Arbeitslosengeld gekürzt. Jeder kann alleine Lohn ausgeben, aber nur zusammen können wir ihn erhöhen. Jede weiß am besten, wie sie ihre freie Zeit verbringen will. Aber nur gemeinsam können wir mehr freie Zeit erkämpfen. Jede weiß am besten, wie sie sich auf jeden Fall machen können wir da, Vielen Dank.